Oh geil. Der hat ein Eisenswert. Ist aber gleich down. Ja. Willkommen zurück, ihr kleinen Lobbys, bei Minecraft Ender Games. Heute zu einer weiteren Folge. Gestern ist keine Folge gekommen und das hat den Grund, weil ich ein Community-Projekt hatte, das 8 Stunden lang ging und danach war ich einfach total fertig. Da habe ich es einfach nicht mal geschissen gekriegt, eine Folge aufzunehmen. Aber dafür kommt morgen wieder eine, also im Zweitakt. Und ja genau, als ob die alle so schnell sind und mir die ganzen Flaschen wegnehmen können, ist klar. Zumindest morgen kommt wieder eine Folge, habe ich mir vorgenommen. Und zu dem Community-Projekt, das hat richtig Fun gemacht, muss ich sagen. Ich glaube, das werde ich auch in näherer Zukunft öfter machen. Und jetzt müssen wir erst mal hinkriegen, irgendwie eine Kiste zu finden. Ich habe gar nichts. Da ist eine Kiste. Ja, eigentlich relativ scheiß Zeug, was da drin war. Außer das Essen. War ja nicht eben auch noch irgendwo eine? Ne? Okay. Nein? 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 Nicht? Okay. Nicht. Aber trotzdem nehmen wir das Holz mit. Ich mache mir dann auch schon mal eine Werkbank, bevor mir noch mehr Zeit flöten geht. Und ich muss auch sagen, als ich mit der Community zusammen Endergames gezockt habe, habe ich eine Folge beziehungsweise eine Runde gewonnen. Was mich richtig erfreut hat und leider, leider habe ich das nicht nochmal hinbekommen. Aber naja. So, ähm. Ich will hier noch in die Kiste. Oh, Schnelligkeitstrankpfeile. Der Rest ist eigentlich richtig blöd. Das kann weg, das kann weg. Schnelligkeitstrank. So, bam. So, und jetzt, fräsen wir eine Runde. Und jetzt können wir mal hier schnell losdüsen. Ähm, Spieler sind gerade keine in der Nähe. Also, 90 Blöcke entfernt. Ja, toll. Immer wenn ich zu einer Kiste laufe, ist sie sofort weg. Ich will aber eine Kiste haben. Ich will aber eine Kiste. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber jetzt bin ich woanders. Das ist schon mal gut. Suche ich hier ein paar Kisten. Der läuft mir auch noch hinterher. Ich glaube es ja nicht. Der soll mir wegbleiben. Der soll mir vom Arsch wegbleiben hier. Der Hannes. Schnellweg. Vielleicht kommt noch einer von der Seite. Oh, ho, ho, ho. Eisen. XP Flaschen. Das brauchen wir nicht. So. Äh. Der verfolgt mich, glaube ich, noch, ne? Kann das sein, dass er mich noch verfolgt? Nein. Jetzt habe ich aber Scheiße gebaut. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Das ist ein Team. 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 Oh, geil. Der hat ein Eisenswert. Ist aber gleich down. Ja. Haben wir. Hat er, hat er, hat er. Na, ach man, Leute. Wieso denn das immer? Jetzt muss ich erst mal gucken. Zack. Zack. Ist der gepottet worden? Sieht so aus, ne? Können wir uns nochmal schnell hier. Zack. Und zack. Können wir auch gleich mal hier die wegschmeißen, weil die Kacke brauche ich alles gar nicht. So. Äh. Gut. Zack. So, jetzt gucken wir mal. Ist hier noch einer? Nein. Gerade nicht. Also haben wir Glück. Gleich mal zwei Kills gemacht. Leute, ey. Ich bin aber gerade hier ein bisschen durch den Wind, dass das geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht, aber ich hole jetzt hier ab. Und tschüss. Tschüssi Kowski. 191 Blöcke. Ist doch schon mal gut. Also für mich ist das gut. Und da ist ein Speedblock. Na super. Na super. Wieso werde ich denn direkt hierhin geportet? Das lohnt sich auch für mich. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Oder ist hier ne Kiste? Ne. Hier ist keine Kiste. Leider. Ne. Das lohnt sich ja gar nicht, den hinterher zu laufen. Nein. 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 Oh Gott. Ich hasse diese scheiß Vergiftung, Mann. Ich hasse sie einfach. Wieso immer ich? Wieso immer ich? Oh, es hat aufgehört. Ich fass es nicht. Es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Er läuft mir hinterher. Nein. What the fuck? What the fuck? What the fucking shit? Ey, Leute. Erzählt mir keinen. Rack, bitte. Rack, 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 rack. Rack einfach. Shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Oh Gott. Ich bin noch töter als... Blblbl. Ich bin noch toter als tot. Ich bin noch toter als tot. Ich bin noch... Ich bin noch toter als tot. Ich bin tot. Ich bin instant down gleich. man wieso verfolgen die denn immer mich wieso immer ich 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 bin tot leute das war eine lapige folge aber ich lasse so wie sie ist ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja vergesst nicht lasst einen daumen da und schreibt konstruktive kritik in die kommentare ich weiß das war eine scheißrunde aber trotzdem wir sehen uns morgen bei einer weiteren folge endergames bis dann und tschüss